Oh Gott, das ist ein Geli. Über zwei Kilometer noch. Und ich bin auf dem Storhaus unterwegs. Hab einen. Slap das down. Jawoll. Ich guck mal auf der Karte, wo ich gerade bin. Irgendwas mit Depot stand da. So, guck mal, Depot. Da, ich glaube ich bin hier. So, bin im Start und bin an einer richtigen Kackstelle. Ah ok, ich weiß wo ich bin. Jo, ich bin sehr südlich. Auf der Karte. Ja, südöstlich, sag ich mal. Da steht Depot of Mainz. In der Stadt El Delio. Ja, dann sitz mal links davon. Ich hab den Spieler, ich hab den Spieler. Warte. Wenn du links weiter kommst, Buhr kommt ein Airfield bei Calmar. Da ist Buhr, äh da ist Burner. Links davon weiter, Calmar. Calmar. Oh, Dicker, Buhr, äh Burner. Ich bin nur 1,3 Kilometer entfernt. Mist. Ja, er hat mich. War einer mit dem Jilly. Ok. Also da waren mehrere auf jeden Fall. Aber der mit dem Jilly hat mich schon gekillt. Ich bin bis zu ihm in den Hangar gerannt. Ja, aber das Ding ist jetzt noch nicht vorbei. Ich bin jetzt auch wieder da gleich. Alles klar. Also einer ist rechts im Hangar da, wo der ein leist. Ok, das sind 2 Kilometer von hier aus. 12 Kilometer ist gut. Oh, ich bin gleich wieder da. 2 Kilometer aus der Strecke, die wir uns schnell überwinden, überbringen können. Ja, das machen wir schon auf dem Weg dahin. Dumpen sich nur mal an, was sollst es kommen. Dumpen sich das Schiff, we去 und nicht alles vorlighets, die wir сосzenieren. $1… … 54atched… … Dumpen sich immer wieder zuvor Denk dran, die unterwegs sind aber für zu besorgen Burg. Ja, ich hab ja diese scheiß Nachtsichtwaffe, ich brauch nur andere. Ich bin bei uns, Anna, ich bin bei der Stadt an der Bank. Ist auch nicht so weit. Nee, das ist da wo... Dann triffst du ja gleich auf Burg. Müsstet euch dann fast jetzt treffen. Drei Kilometer sind's, da fahr ich jetzt mit dem Fahrrad. Ey, warte mal, drei Kilometer? Ach, Fahrrad, stimmt. Gut, dass du's sagst, ey. Äh, aber da lang? Ah ja, hier bin ich, okay. Gut, komm rum, ne? So, erste Woche negativ. Komm, ich bin doch eine Kackwaffe hier einfach. So, und ich könnte hier auch kurz zu Hause vorbeischauen. Okay, hier ist ne Stadt, cool. Oh, ich hab ne Waffe hier von. Sehr gut. Zwei Magazine. Jetzt versuche ich's, ich versuche die jetzt zu umgehen und dann... Ja, ich will mich auch kurz ausrüsten, ich bin bei der Bank, bei den Baracken. Jo. Allerdings, logischerweise, ist nichts gespawnt. Noch nicht. Ah, hier ist was drin. Sehr gut. Da läuft der Handgun. Rucksack. Hm. Jetzt bitte ne dicke Waffe. Oh. Yes. Was für'm Visier? Oh, sehr gut. Gut, von mir aus können wir weitermachen. Dann, komm. Fahr mit Fahrrad. Vielleicht könnten wir mal reisen, bevor sie in Heli holen. Ja. On my way. Im Zweifel, wenn der Heli startet, wäre ich mit meiner letzten Amtshandlung, wäre ich der Ding versucht zu zerballern. Ja. Dass er abschmiert. Bin ich aber auch mit dabei, ja. Ja, aber hier sind Baracken. MP5, brauche ich nicht die Scheiße. Na du, ey, wenn du hast, wenn... Nimm erstmal, was du kriegen kannst. Wir wissen nicht, was gleich kommt noch. Ja. Können wir auch Harakiri Ballern machen, ja. Schreißegal. Also, ich versuche jetzt, wie gesagt, in ihren Rücken zu kommen. Also, ich mache es, wie immer, offensiv. Weil einer liegt rum und snipert. Aber den kannst, wenn du versuchst in den Rücken zu kommen, bist du da ja gut dabei. Ja gut, du kommst ja prinzipiell auch aus dem Rücken von denen. Der andere rennt ja da rum. Also, meine Grafik umgestellt. Weißt du, weißt du von wo der snipert hat? Ja, gerade rüber. Okay. Aber relativ nah dran, ja? Ja, ja, der muss irgendwie am... Oh, oh, da fährt einer mit dem Fahrrad rum. Direkt am Heli. Also, der Jilly, wenn da einer mit dem Jilly ist, der hatte bei mir gerade eine SD-Gun. Äh, irgendwas. Ja, mitgekillt. Und jetzt natürlich auch meine haben. Das war ja auch SD. Ich weiß nicht. Doch, das könnte ein Jilly sein, dann. Ja doch, das ist ein Jilly. Über zwei Kilometer noch. Und ich bin auf das Storhaus unterwegs. Hab einen. Slap is down. Ja, voll. Kann das sein, dass wir immer so einen... Da ist noch ein zweiter. Ja. Dass wir so einen scheiß Glück haben. Wir sind mal kurz von Service unterwegs und dann schaffen wir der doch nicht mehr. Warum hast du da einen Schlüssel, wenn du so eine Mission? Ich glaube, ich hab den nächsten auch noch. Jo, da wurde ein zweiter getötet. Ja, aber der wurde genau direkt nach Slap getötet. So, drei Sekunden später. Ja, ich seh da einen liegen. Also, beide down. Ich geh jetzt mal offensiv Richtung Heli. Gut. Dann gucken wir, ob die ein Dings dabei haben bei denen. Die müssen ja... Wir brauchen ja, äh... Punk. Fuel. Ja. Aber wäre gut, wenn auch so ein... Na, ihr seid ja bald da, wa? Weil die werden... Ich bin 1,4. Genau, die werden nämlich jetzt auch versuchen, wahrscheinlich hier sich schnell... 1,6 bei mir. Boah, beide Schweine geholt hier. Das mit einer No-Scope-Waffe. Sehr gut. Ganz auf? Ja, ja. War so ein Ironside. G36. Hast... Hast du Ego? Oder Self-Person? Ne, Self-Person nicht. Ego. Dann war ich hier bei Deck. Oh, Schuss auf mich. Oh, ich... Schmack! Ah... Aaaaaaah. Ah... Ah...